StundenTV mit Tischtennis, Bavarian Ways, hier hieß das ja mal Commerzbank Cup, hier im kleinen Fremdsdorf in der Nähe von Bamberg, Turnier 1, Runde 3 und die beiden Fredriks treffen aufeinander, zwei Brüder, links Chris 1, nämlich Christian, rechts Chris 2, nämlich Christoph. Beide vom Postesv Bamberg, 0 zu 0. Applaus 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 Neufein. Vielen Dank. 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 gegen... Christian...